Ich mache hier besser einen Turn. Touch, Turn, Tuck. Chunks, hallo? Hä? Die Chunks laden, wenn ich gerade nicht. Besser. Okay. Leute, Patrick, ich habe... Ich habe den Kartenschnitt. Soll ich mit zu dir TP'n? Nein, das wäre jetzt unfair. Nein, nein, ich habe möglich. Ja, schön, aber trotzdem wäre das unfair. Warum bist du nicht einfach den Cobblestone-Pfeilern nachgelaufen? Welchen Cobblestone-Pfeilern? Mhm. Na, welchen? Die, die ich aufgestellt habe. Ich habe nur eine... Ich habe nur eine Art von Cobblestone-Pfeilern aufgestellt. Ja. Ja. Geh weg, Zombie-Pigman! Move aside, woman. Wie sieht endlich Neta Quarz aus? Du, ihr'll know it when you see it. It's, it's white. The white stuff. And it's everywhere. We can get together, you and I. Also ich kann ja ihm sagen, wenn ein Chunk-Lied-Wergen oder dann die Framerate droppt. Ja, Leute, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht mehr weiß, wo ich bin. Oder wie ich nach Hause komme. Aber, ja. Viel Spaß beim Zusehen. Wir venturing in den Neda. Wir haben es nicht mal geplant, dass wir in den Neda gehen, ne? Ne. Das war ja eigentlich nicht die Schätschü. Weißt du, dass mir ein Hand fällt? Aha. Sobald wir zurück sind bei der, äh, neuen Haus, ist ja egal wie wir zurückkommen, sollten wir vielleicht mal anfangen, Tiere zu züchten. Ich bin hier in einem Soul Sand Bunker. Oh Gott, wo ging's hier raus? Ja, das frag ich mich auch gerade. Aber ich meine, da kriegst du hier drin auch Augenkrebs. Oh Mann. Siriuslich. Come on. Let me find white gold. Salz? Hä? Ah, ich glaube ich hab was. Ja, ich hab was. Hab's. Gut, 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 gut. Quart zu dies. Eber, it's better, damn. Ja, Leute, jetzt seht ihr auch sogar bei mir. Ne, da Quartz. Frei, äh, bis wir halt dann wieder mal den Heimweg suchen müssen. Ja, ich hab jetzt, also, aus nem Quartz kann man zum Beispiel auch den Tag-Nacht-Sensor machen, ne? Hm. Und coole Quartz-Blöcke. Ja, das weiß ich auch. Problem ist nur, das Problem ist nur, dass Quartz gar nicht so häufig auftritt, wie er oftmals beschrieben wird, zumindest meiner Meinung nach. Ich hatte, ich hab jetzt 30 Stücke. Well. Ja. I lied. Oh. Oh. Hm. Hm. Come on, there's gotta be some over here. Hm. Es ist lustig, denn egal, was wir vorhaben bei einer Minecraft-Aufnahme, es kommt... Wir machen es eh nicht. Es kommt immer was zum Abbauen raus. Entweder bauen wir was auf, oder wir bauen was ab. Nun, roto, was ist ein wichtiger Teil. Ich find's hier ohnehin nichts brauchbar ist. Ups, ich kann hier drüben nach schauen. Baaah. Ja, aber hat gar nichts mehr. So, jetzt haben wir noch genug. Ich ernähre mich ohnehin, die ganze Zeit von vorauserem Fleisch. Sicher lecker, oder? Ui. Glück. Komm, raus hier. Da ist noch was. Haben da auch noch was? Freude kommt auch. Okay, das ist... Ah, ich weiß, was ich sagen muss. Ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich mich die ganze Stunde in Meta aufhalten werde. Also, wir können das so verteilen, dass du jetzt rausgehst und den Leuten was hier zeigst? Oder, ja, soll ich da welche weitersuchen? Ja, aber wenn ich den Ausgang nicht mehr finde, deswegen frage ich, deswegen zeige ich das ja. Weil ich befürchte, mich verlaufen zu haben. Und dieses Neterquartz gibt dir eine shitload of Level. Also, ich habe jetzt schon fast, also eineinhalb Stacks habe ich schon. Nein, das ist nur so ein Scheiß, also dann kann ich ja beruhigt nach Hause gehen. Aha, praktisch. Ich kenne meinen Weg ja noch. Du kannst mich lieber suchen gehen. Ja, jetzt muss ich jetzt mal zurück zum Portal. Ich habe mir ja Waypoints quasi gemacht mit Mana und Cobblestone. Ich habe mir das Neterquartz. Muss ich den Neterquartz schmelzen für die Blöcke? Nein, nein. Zusammensetzen wie Bricks. So, und da ist der erste Spitzkirche kaputt. Einer hab ich noch. Ich weiß nur, dass der Nähte ist trotz allem immer noch so ein riesiger Ort voll... ...trauer... ...nutzlosem Gestein. Hahaha. Okay, ich hab keine Spitzkirche mehr. Ich muss unkönnen. Ich mein, ich mach mal ne neue. It's decided, I'll make a new one. Puh. Das kann normal aussehen. Ich kann hier beschreiben, was ich hier mache und ich grabe hier einen geraden Tunnel. Wow. Oh nein! Es ist unheimlich aufregend, weil die Texturenvielfalt und die Wunderschönheit dieses Zwei-Blöcke Hunden-Tunnels einfach nur gigantisch sind. Ja, ich versteh das. Wunderbar. Ich würd' das auch gerne sehen. Magnifizient. Ja, diese ganzen Blöcke findet man hier so selten. Ja, wirklich. Dieses makabre Rot. Ich hab auch kein Essen mehr. Hm. Ich laufe irgendwo durch die DDR-Räume des Netas. Das trifft's sehr gut. Okay ja. Nein, ich muss umkehren. Ich find hier einfach nicht weiter. Du findest nicht weiter und ich find nicht zurück. Diese Zombie-Pickern sind eine echte... Dafür habe ich schon über zwei Stacks Neta-Quarz. Bereicherung? Ja. Gut, wenn... Ich versuch über was, um dich aus dem Neta zu poolen. Du suchst etwas, um dich aus dem Neta zu poolen, okay. Ich will heim. Denkst du, die Zuschauer würden es schlimm finden, wenn ich mich zu dir teleportieren würde? Räger. Hallo. Hi. Denkst du, die Zuschauer würden es schlimm finden, wenn ich mich zu dir teleportieren würde? Ja, aber stecken wir nämlich beide in nirgendwo. Ah, das tun wir so auch. Ah, warte mal. Du kannst nicht mehr zu mir teleportieren. Ich glaub, es ist, dass es so schlimm ist, wenn ich hier fertig bin. Nein, erst dann, wenn ich keinen Neta-Quarz mehr finde, das ist klar. Ja, ich bin hier nämlich fast out of food. Ja, ich nicht. So. Ich hab level 30, und du? Hä? Ich hab level 30, und du? 25. Und ich hab keinen Neta-Quarz gefunden. Haha. Der Neta-Quarz gibt zu viel Level. Und um ehrlich zu sein, ich versuche während der Aufnahme nicht im Dialekt zu reden, denn... Du redest ohnehin nie Dialekt. Also, das ist unser Pseudo-Sankt-Pöltner-Dialekt. Ich hab nur Dialekt verstanden, aber du redest keinen Dialekt. Pseudo-Sankt-Pöltner-Dialekt. Du beleidigst Leute, die wirklich Dialekt sprechen, weißt du denn? Ja, weiß ich. Hahaha. Nein, aber Hochdeutsch hört sich doch besser an. Nein, find ich nicht. Ich munter, der hat seinen eigenen Charme. Ja, aber... Während der Aufnahme hört sich irgendwie immer komisch an. Oder besser gesagt, beim... Nachträglichen anhören. Nun... Würde ich die ganze Zeit nach der Schrift sprechen, würde das bei mir extrem schwulisch klingen. Dann verstellst du dich wenigstens nicht. Was? Naja... Tja... Du sagst, es würde schwulisch klingen. Schwulisch? Ja! Ich weiß! Wow! Oh Gott, no, I'm lost. Ach, gar nicht nur du. Ah, natürlich! Natürlich! Was denn? I kill the ghast. Oh mein Gott! Da geht's tief runter. Okay, ich hab nur noch... Eine halbe Keule. Hahaha. Ich könnte die... Ich könnte den... die... ... ... ... ... ... ... ... ... ... But since I'm not regenerating health, it'd be... Du bist ja ein Pro, du schaffst das. Devastating. Okay, fünf Herzchen. Ah, I found my W. Ich hab den Weg zurück. Oh. We've collected some Muschels. Yeah, if you want to TP, you know, then do it. Das ist so cheaterisch irgendwie. Huh? Das ist irgendwie so cheaterisch. Ja, aber man sollte ganz restliche Aufnahme im Meta bleiben. Bleib du bei mir.